The Key Player Ja, ganz klar, letztes Jahr, als wir Schweizer Meister geworden sind. Ja, ich denke, es war speziell, weil wir gegen Kloten gewonnen haben. Für mich persönlich noch etwas spezieller, weil wir in Kloten gewonnen haben. Mit meiner Gitarre. Ich spiele gerne Gitarre in der Freizeit. Das hilft mir immer. Wie gut schläfst du während der Playoffs? Man kommt drauf an, wir gewinnen oder verlieren. Mit diversen gebrochenen Fuss, Hand und ... Es gibt ja die guten Medikamente, wo man es fett spritzen kann. Das war mein Klotenmann, wo wir im Spiel 7 zu Hause gegen Davos den meisten Titel aus dem Land gegeben haben. Ja, wir wollen nicht viel Preis geben über die eigene Mannschaft. Und das Ganze natürlich möglichst bescheiden angehen. Ja, er wird halt intensiver. Ein bisschen häufiger. Wie gehst du damit um? Ja, ich probiere möglichst viel gegen andere Trash-Tagen. Und mir möglichst nichts anmerken lassen. Das war's. Das war's. Das war's. werdenи auf 7 p.m. auf SportalHD.com